Yay, Silberträume. Warte, ich koordinier kurz. Er hat schon geliebt. Da müssen wir uns auch lieben. Er hat schon geliebt? Okay, ja. Gleich play again, play again. Wir versuchen in seine Q zu kommen. We need that support again. Ein gleiches an Gegner, Tima macht uns kaputt. Ob wir die Gruppe einladen können? Well, ist Duo-Q. Wir können nicht ranken. GG, chat. Wir können nicht zu dritt spielen. We did it, Horn. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! No fucking win! Das ist das dritte Mal! What? What? Wie geil ist das denn? Holy shit. What happened? Wir haben, das ist unser drittes League-Game. Im ersten League-Game haben wir einen Support bekommen in Random, der richtig gut performt hat. Und dann sind wir zufällig das nächste Game wieder mit ihm in eine Queue gelandet. Und haben dann gesagt, wir timen das nächste Queue, dass wir wieder reinkommen. Und jetzt ist er wieder bei uns in der Lobby zum dritten Mal. Ja. Ist das... Ist das... Ist das... Even allowed? Wie geil, einfach. Und was? Na ja, ich hab mit den drei Spielen schon wieder mehr Spaß an League of Legends als in meiner gesamten Zeit im Platin. Ihr sagt, wie es ist. Nein! Nein! Wir kriegen sie wieder. Wenn wir so rausquitten, kriegen wir sie immer wieder. Außer sie kommt ins Gegner-Thema. Wir beten mal. Please. Please. Wir sind immer noch... Wir sind immer noch am selben Queue wie er. Okay, okay. Oh, okay. Okay. Ich mach mit. Let's go. Ja, es ist jetzt Schicksal. At this point ist es wirklich Schicksal. Ja, ja. Ach, ist das beautiful. Jetzt noch wieder unsere Pics kriegen oder ich bin glücklich. Wie passiert sowas? Liegt's da an, dass nicht zu genügend Leute League spielen können oder wie ist das? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht passt unsere MMR perfekt zusammen. Oder sowas mit dem Typen. Ich weiß nicht. Kann halt sein, dadurch, dass wir beide halt unsere MMR schon ein Stück auseinanderziehen, dass er genau irgendwie in der Mitte liegt oder sowas. Hm. Wo ist er denn? Er ist Gold 4. Ja. Er ist actually genau in der Mitte zwischen uns. Oh mein Gott. Das ist der dickste Witz and Rush, den ich jemals gerusht hab. Ich sag's wie es ist. Let's go. Das war ganz lange mein Glücksbringer-Skin. Candy Cane Miss Fortune. I'mma play her. So, jetzt hab ich Bock auf Schokolade. So. Mhm. Hat das jetzt einen logischen Ursprung oder ist das so ein Impuls-Ding? Nein. Ich hab herzhaft gegessen, jetzt hab ich Bock auf Nachtisch. Aber ist essensbasiert schon. Das ist ja kein Impuls. Das ist ja so, das was du beschrieben hast. Deine herzhaft-süß-Dualität so. Wie lange machst du heute noch? Solange es noch Spaß bringt. Mhm. I guess. Solange wir noch Blitzcrank in unsere Queue kriegen. Jetzt erwarte ich noch wieder Großes von ihm. Ja, Blitzcrank ist doch ein schlagbarer Dude. Ah, der will auch invaden, also solltest du ja auch. Ja, ja. I'm ready. And when I got it, it's easy. No escape. What? Okay. Oh, unfortunate. Mhm. Nice try. Ja, aber eigentlich ist ihr Flash weiters mehr wert als einer. That's nice. Love you too, bro. Alter, das ist die positivste Leak-Erfahrung. Wahrscheinlich die irgend so ein Riot-Mitarbeiter guckt sich heute die Loks an von dem Game, weil das irgendwo an dem System ausschlägt, weil er drin steht. Das ist zu positiv. Wir müssen die bannen. I appreciate it. Gaming macht Spaß, Freunde. Gleich ist gleich in Solo-Kür gehen und beleidigt werden. Go, go, go. Nice its World's Effect. Man denkt jetzt geil, ich geh jetzt auch Leak spielen. Die sind alle so nett im Stream hier und dann direkt genau. Curial Scimitar. I see the point. Ich stehe auch Hard-Hot wegen Mordekaiser, aber ich fuhr Witzend wegen Crit und dann vier Squishy-Items. Schwierig. Hast du für mich gerne, also wenn du möchtest, kannst du mir mal so ein bisschen Bescheid geben, wann der Jungler ungefähr Bot-Lane sein könnte, so von Passing? Ja, der Jungler ist Bot-Lane. Ah, okay. Ja. Hm, ich glaub, wenn der Nibia kommt, machen wir den auch. Ja, nee. Nibia hat Hard-Bock. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Hat der gerade meine Krabbe weggenommen? Das war eine Legenden-Wall. Eine Tap, ich brauch... Ich bin ganz weit weg, leider. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Er hat mir noch draufkollapsen können, actually. Nice job. Ja gut, jetzt Bot-Lane wieder schwierig. Ich hab grad hart Bock auf den Drake, einfach so sneaky. Sneaky hat sich erledigt. Okay, ich probier's. Wenn ich rumschreie, dann... Weiß ich Bescheid. Dann ist das schlecht. Ich glaub, dann können die mir nicht mal mehr helfen, actually. Das können wir, die kann gut bekommen. Okay, easy, easy, easy. Early Infernal, let's go. Ohhhh, das ist schlecht. Ja, Top-Lane geht's nicht so gut. Okay, Mid-Lane ist fine. Mid-Lane ist nicht fine. Wieso recommitted sie da, wenn sie genau weiß, dass zwei Gegner da sind? Und... Bot und... Äh, ich sag Bot. Äh, Mid- und Top-Innen lassen müssen. Oh ja. Jaja, aber ich bin unfassbar ahead in Form. Ich hab gleich Item und dann komm ich. Der hatte kein Schild mehr? Dann hätt ich ihn ja viel früher queuen können. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Scheiße. No worries, ich kann auch noch... Ich kann auch noch was reißen, bestimmt. Mein Tilt, die da Renekton nicht. Das ist sehr gut. Boah, 1, 4, Mitte, 0, 3, top. Nein, ich hab's mir gedacht. Okay, das ist trotzdem übel fügelt. Ich wollte noch erst queuen, aber ich hab's nicht getan. Oh mein Gott, der ist ja der Bot-Linger. Der ist ja so greedy. Aber er hat dir geworcht, oder? Okay. Yeah, I kind... I sort of inted. Ach man, dass die Zero dann gerade wieder kommt, nämlich auch direkt all int, ohne Vision. Ich will diesmal nicht so useless behind gehen. Also muss ich irgendwas machen. Klassische Level 7, Power Spike, never. Don't worry. Okay, damit hab ich nicht gerechnet, irgendwie. Das war sinnvoll, aber damit hab ich nicht gerechnet. Okay, actually, muss ich QSS gehen, what the fuck. Okay, ja, Full-M-Air-Game. Oh, Nibia. Ah, Nibia. Geht hier unten was? Ne, no. Okay, actually, that's kinda good. Vom Item. Ah! Ah! Da krieg ich jetzt keinen von beiden. Das ist so bad. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ab links ein Auto-Attack ist jetzt rechts ein Auto-Attack. Und keiner war der Richtige. Weiß nicht, warum wir da... Also, hab ich da irgendwie verpasst, dass du das beide warst? Ich hatte gesagt, dass ich da bin. Ach so. Aber ich war mir auch nicht sicher, ob wir es machen sollten oder nicht. Aber der Blitz-Trank ist dann so weit vorgegangen, dass es free aussah. Aber dann können wir noch in der Sekunde halt die Seite aus dem Fuck. Nase! Den hätte er nicht holen dürfen. Den töte ich halt auch nicht. Der weht mich einmal und ist wieder full-life. Hier die Put-Lane. Die macht man einen Blue-Wurf. Ach, die macht der Kindred. Wenn du die weg-ultest, ist es actually worth. Sehr gut. Das ist halt der Stack, den die Kindred bekommen hätte und dann hätte sie mehr Basiswerte und Range und alles bekommen. Okay, okay. Ach, mann! Ach, Sylas ist da. Ich kann aber back-in schon. Ich kann mich da und beten von allem. Ander-G. Was macht Anivia da? Warte mal, der ist ja noch ein Tower. What the fuck? Aber trotzdem, was zum Fick macht Anivia da? Ach, ich hasse dich. Ich hasse Kindred. Das wären zwei geile Kills für mich gewesen, wenn die keine Ulti hätte. Let's go. Oh boy. Sprinte. Sprinte. Das ist Morde. Mhm. Das ist nicht Morde, aber egal. Warte, da hat noch jemand TP. Ja, Renekton. Ist das so, wie das ist? Oh, wait. Actually, haben sie den vielleicht? Hä? Er rennt immer durch die Wand! Oh mein Gott. Und er hockt ihn weg. Mit und Top sind das hart runtergerannt, ne? Ja, ja, ja. Also extrem. Die haben das legit gespeedrunnt. Wir müssen die Top auch ganz dringend shut down, aber ich weiß nicht wie. Der tötet mich halt einfach instant, wenn ich jetzt auf ihn drauf gehe. Und der Ulti halt einfach den ersten, den er sieht. Ich muss cool das S haben. Vorher wird das glaube ich nix. Du bist Anivia. 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 Ich brauche 2300 Gold, bis ich auch ne Chance habe, hier irgendwas zu machen. Das ist so neun. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Oh, da ist ein Pick. Let's go. Weiter. Ja, 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 ja. Wir haben hier unten mit Jurelias. Oh, ich hasse diesen Champion. Ich hasse diesen Champion. Ich hasse diesen Champion manchmal, aber du hast den, weil du geil bist. Dankeschön. Okay. Es muss Morde sein eigentlich. Und das andere wird keinen Sinn mehr geben, ja. Ach, kommt der Ulti dich. Oh no. Tschüss. War schön mit dir. Oh, aber jetzt hat er keine Ulti. Jetzt ist echt schlechte Chance. Oh mein Gott. Das ist so wichtig. Aber... Oh, Morde. Nein. Blitzcrank hat den genommen. Nein. Ich hätte uns das gegen getragen, wenn ich den Knoll bekommen hätte. Das war ein Tausend Gold. Das war ein Tausend fucking Gold. War das mit seiner Passi denn? Oder er war ignited? Ah, er hat ihn ignited. Ja gut, okay. Das war gut. Dann war es einfach unlucky. Nein, nicht rein! Ich will raus und nicht rein! Oh mein Gott. Ja. Ja, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Hot. Ja, wir haben die Gage, ne? Das ist ein Straight Baron. Das ist ein Straight Baron. Oh, bitte Morde. Komm einfach nicht vorbei. Oh mein Gott. Ich hab keinen Smite. Ich hab keinen Smite. Okay. Den machen wir, wenn er wieder rauskommt. Ja. Oh, so wichtig! Das ist nicht meine Tastatur. Das ist Lukas Tastatur. Das ist meine Tastatur. Klick beim Falten? Nein. Oh. On my way. Nice pick. Einer war noch auf der Lane rechts. Oh, die hat Sonya's gerusht. Die macht gar keinen Damage. Wie nice. Ja, da, 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 da. Hier ist Sylas, hier ist Sylas. Komm schon, Reaktion, doppel dash jetzt. Habt ihr, oder? Ja, der. Sehr gut. Let's go. Nächster wichtiger Pick. Machen wir weiter? Ja, ja, ja. Wir kriegen gleich zweite Wave und wir haben Baron. Ähm, actually sollte ich keinen Loveback. Oh mein Gott. Nein, ich hab geintet. Ich hab geintet. Oh, ihr habt den. Sehr gut. Kriegt ihr den Tower noch? Ja. Oh mein Gott, Anni, das war gut. Oh, Blitz. Äh, ich, okay. Ich komme. Oh, ja. Ja, 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 ja. Nein. Nein. Ja. Mit Gelforce stehlen, okay. Ich komme gleich. Ich bin gleich da. Ah, ah, ah. Kindred, Kindred. Okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja, da hab ich misplayed. Aber ich hab mein Item. Kindred ist slow. Kindred ist slow gewesen. Ja, actually, die kann ich da spielen. Der weiß noch nicht, dass ich cooles Eis hab. Okay. Äh. Fisch und bitte, ich mach keinen Witten. Fuckin hell, okay. Ich merke ich mir. Auch mit QSS ihn einfach ignorieren. Ähm, das ist dein Game übrigens gerade. Jetzt dürfte nur nicht sterben. Der hat keine Ult, der hat keine Ulti. Oh, bitte nicht. Einfach überleben, einfach überleben. Let's go, let's go, let's go. Wenn wir jetzt hier noch einen Turm kriegen, wäre das wild, aber ich glaub nicht. Dann werden wir rausgesaugt von der Zyra. Ah, weiß nicht. Wenn die halt zu nah ran kommen, können wir sie aber vielleicht aber einfach töten. Ja, okay, ist eigentlich noch unser. Ja, ja, hier trappen. Hier trappen wir ist eigentlich den Zen. Anivia, was machst du da? Das ist keine Trap, was die da macht. Nee, das ist definitiv keine Trap, was die da macht. Ist das ein Bait, oder? Und Relector steht da oben. Nooooo. Biet mal Luna das selbst. Natürlich spiel ich das selbst. Hä? Oder reactet sie nur? Reakt? Das ist auch wild hier aus sein. Oh mein Gott, du Legende! Hat er gehuckt? Okay, ja, ja, ja. Wir können weitermachen. Ich hab QSS wieder. Wenn er mich ultiert, bin ich straight wieder draußen. Einer. Oh mein Gott. Oh! Nein, die sind alle so low. Die sind alle so low. Das sind deine. Alle bis auf den da. Nein. Scheiße. Ja, Renekton. Ja. Jaaaa. Nee. Hm, 15 Sekunden auf mir. Ist das noch da? Nee, nee. Das wird schwierig, ne? Also, easy. Oder? Oh, das wird so close. Fünf. Oh nein, das ist ein Game. Oh, Mann! Troll in Hip. Nein. Das ist schade. Aber es war ein cooles Spiel. Diero. Možel incorporieren. Noi. Noi. Du. Da. Kia. Märkjitz! Kommunikations. Än. Bud. Var. Pe représente. Ihr. üne. Aus. K DES. Mus. clothes. Aus. Unge. Bis zum nächsten Mal.